Sepp, was machst du? Ich bin nicht nur der Schutzpatron der Wirtshäuser, sondern ich glaube, ich werde etwas auferstehen lassen, was es seit 40 Jahren nicht mehr gibt in Österreich. Einen Toast Hawaii. Frische Ananas, Schinken, Käse, Ei, Toast, natürlicher Ketchup. Wir kennen ja Toast Hawaii noch von den Dosen Ananas. Zuckerwasser aufgestellt mit ein bisschen Vanille rein. Wenn wir jetzt die zwei kurz anblanchieren. Ich bin noch nicht auf Furt. Ich bin noch nicht auf Furt. Das ist in der Früh, aber ich war heute schon Eisbaden. Das muss ich natürlich mit Fett ansagen. Ganz langsam, ganz langsam. Dann geben wir jetzt das Spiegeläuch hinein. Das ist sozusagen die Luxusversion eines Toast Hawaii. Ganz wichtig, jetzt ist es total unterschätzt. Wenn wir da noch ein bisschen Parmesan rein, das ist ein bisschen würziger. Gleich kommt's, gleich kommt's. Ganz einfach nur Mut. Warum nicht? So hat es früher ausgeschaut, oder? Ein vergessenes Kultstück der österreichischen Küche.